Die Götter gaben den Menschen Proteine, damit sie ihrer eigenen Gestalt näher kommen können. Und sie werden zornig, wenn ihr ihre großzügigen Geschenke ablehnt. Ganz recht Freunde, es ist mal wieder Supplement Time und Gods Rage gewährt euch zu Halloween 20% auf alles, auch auf Tiernahrung, denn darum geht's ja. Egal ob Booster, Proteine oder Vitamine, auf der Website von Gods Rage werdet ihr leicht fündig und auch die Geschmacksrichtungen sind so kreativ wie eh und je. Proteine gibt es als Striking Strawberry, Chaos Cookie oder Cinnamon Roll. Ich persönlich kann mich noch nicht ganz zwischen Conqueror Cappuccino und White Warlord Chocolate entscheiden. Ich mag zwar weder Kaffee noch weiße Schokolade, werde mir aber trotzdem beides im Dutzend bestellen. Und das solltet ihr auch. Gods Rage Supplements macht den Muskelaufbau zum religiösen Ereignis. Seid mir gegrüßt, Freunde. Die meisten von euch werden es inzwischen ja mitbekommen haben, dass ich nach einer kurzen Vortragsreise nach England am dortigen Flughafen eines rechts-skurrilen Verhörs wegen Terrorverdachts unterzogen und meiner elektronischen Geräte beraubt wurde. Wen die ganze Geschichte interessiert, kann in die entsprechende Honigwabenfolge hineinhören, in welcher ich über alles berichte. Link in der Videobeschreibung. Nun, in der Zwischenzeit wurden mein Laptop und mein Handy, welches ich abgeben musste, tatsächlich wieder freigegeben. Und damit begann ein eigenes Kapitel in dieser Geschichte, über welches sich etwas ausführlicher und im Kontext anderer kultureller Erscheinungen zu berichten lohnt. Doch dazu später mehr. Kommen wir erstmal zum wesentlichen Inhalt. Vor einiger Zeit machte im englischen YouTube ein Aufsatz die Runde mit dem Titel Complex Systems Won't Survive the Competency Crisis. In diesem Essay wird im Wesentlichen beschrieben, wie die Aufgabe meritokratischer Standards und die um sich greifende anti-weiße Einstellungspraxis Konsequenzen für das reibungslose Funktionieren der technologischen Gesellschaft hat. Weil so viele verschiedene Systeme aufeinander angewiesen sind, tendieren auch moderate Fehler dazu, vermittels dieser starken Hebelwirkung erhebliche Konsequenzen nach sich zu ziehen. Dann macht vielleicht irgendjemand einen Softwarefehler oder arbeitet beim Anlegen von Schweißstellen nicht ganz exakt und weil das System eben nicht wie früher lokal funktioniert, sondern viele große Firmen den ganzen Globus beliefern und damit eben hauptsächlich Leute, die zum ursprünglichen Produktionsprozess gar keinen Bezug mehr haben und selbst keine effektive Kontrolle ausüben können, breiten sich diese Schwachstellen in hundert andere Branchen aus. Solange eine Gesellschaft mit kompetenten Leuten ausgestattet ist, so die These des Aufsatzes, darf davon ausgegangen werden, dass zum einen die Fehlerrate beim Produktionsprozess hinreichend gering ist und zum anderen, dass die Empfänger und Verarbeiter des Produkts selbst genug Ahnung von der Materie haben, als dass ihnen gemachte Fehler auffallen und sie diese abfangen können, bevor es zur Katastrophe kommt. Letzteres scheint aber in einer Welt mit entsprechender identitätspolitischen Einstellungspraxis nicht mehr hinreichend gewährleistet. Konsequenz dessen seien unter anderem die nun häufiger auftretenden Industrieunfälle, Schiffskollisionen, Flugzeugdefekte, Großbrände und so weiter. Es ist natürlich nicht leicht, solche Großereignisse, die immer recht selten sind, statistisch zu erfassen. Man hat, wenn man seine Twitter-Timeline als Maßstab nimmt, zwar schon den Eindruck, dass solcherlei in letzter Zeit zugenommen hat. Statistisch belegen lässt es sich allerdings eher weniger, was vor allem daran liegen mag, dass durch den Fortschritt in Sicherheitstechnologie und Prozessoptimierung, der seit den 70er Jahren dennoch stattgefunden hat, die Gesamtrate in Unfällen über lange Zeiträume hinweg abnahm. Es existieren allerdings auch jenseits der reinen Einstellungspraxis Phänomene und Beispielfälle, anhand welcher man doch erahnen kann, dass die Funktionalität komplexer Systeme sich nicht gerade zum Besseren entwickelt oder zumindest an und für sich ein lapides Konstrukt ist. Unsere Gesellschaft ist scheinbar leider sehr gut darin, für Prozesse zu selektieren, die Langzeittoxine akkumulieren. Wir haben zunächst weniger Probleme, damit absolut akute Fälle zu beheben. Wenn ein Atomkraftwerk brennt oder Arsen im Wasser festgestellt wird, in einer Konzentration, welche den halben Fischbestand umbringt, finden wir im Westen im Allgemeinen immer noch die Organisationsfähigkeit, selbiges abzustellen. Wenn dann allerdings über Jahrzehnte hinweg sich Mikroplastik anreichert oder der Testosteronspiegel sinkt oder die Paarbindungsdynamik schlechter wird oder Baustellen länger brauchen, um fertiggestellt zu werden, dann ist die Intervention meist wesentlich schwächer, wenn sie denn überhaupt stattfindet. Wenn man ein Wort für diesen Operationsmodus benennen müsste, so wäre regulierter Raubbau vielleicht der richtige. Dem Bergbauunternehmen werden schon einige Regeln auferlegt. Weil man die Rohstoffe am Ende aber dringend braucht, wird in Kauf genommen, dass kleinere Verschmutzungen und Störungen des Umweltgleichgewichtes sich ansammeln, in der Hoffnung, dass diese sich langfristig von selbst wiedergeben. Manchmal tun sie das auch. Manchmal, wie im Falle der globalen Müllverarbeitung oder Sozialdynamik, allerdings nicht. Ähnliches gilt auch für die Bürokratie. Sie erfüllt einen gewissen Zweck, keine Gesellschaft wäre gänzlich ohne sie denkbar, aber langfristig neigen bürokratische Prozesse und Anstellungsverhältnisse offensichtlich dazu, sich immer weiter auszudehnen, bei gleichzeitig immer geringerem Pro-Kopf-Nutzen. Der italienische Chemiker Ugo Bardi hat dem durch akkumulierte Verschmutzung beschleunigten Niedergangsprozess den Namen Seneca-Effekt gegeben. Nach Seneca, dem stoischen Philosophen, welcher einst bemerkte, dass Systeme vielerlei Gestalter zu tendieren, langsam zu wachsen, aber vergleichsweise relativ schnell zu sterben. Die eingeblendete asymmetrische Kurve ist charakteristisch für einen solchen Prozess. Ein Beispiel aus der tatsächlichen Welt wäre der Kollaps der kanadischen Fangrate für Kabeljau während der 90er Jahre. Eine Fischpopulation kann ohne größere Probleme eine gewisse jährliche Entnahme verkraften. Allerdings hatten sich die industriellen Bedingungen Anfang der 60er Jahre verändert. Es wurde mit stärkeren Booten und Echoloten tiefer und präziser gefischt als zuvor und mit neuen Netzen mehr Beifang eingezogen, welcher den Dorschen sonst als Futter diente, also Verschmutzungsfaktoren in ein Ökosystem eingebracht, die zuvor nicht existiert hatten und sich negativ auf die Reproduktion auswirkten. Gleichzeitig wurde aufgrund der ökonomischen Anreize aber die Notwendigkeit geschaffen, jedes Jahr eine noch größere Menge Fisch zu fördern. Die Konsequenz war ein Kollaps, welcher sich wesentlich schneller vollzog als der vorherige Aufbau der Fangraten. Die absehbaren Konsequenzen für unsere Gesellschaft dürften auf der Hand liegen. Auch wir verschmutzen unsere Bio- und Soziosphäre. Eben nicht nur mit Plastikpartikeln, sondern auch mit pathologischen Verwaltungsvorgängen, mit untragbaren Familienmodellen, mit politischer Polarisation, Verschuldung, Migration und Drogen. Gleichzeitig besteht eine gewisse Notwendigkeit zum Wirtschaftswachstum und zum Aufrechterhalten der Grundsysteme. Unsere Industrieproduktion, Populationsmaß und wahrscheinlich noch ein Haufen anderer Messwärter, laufen so auf dieselbe Klippe zu wie einst die kanadische Dorschfischerei. Und ein faszinierendes Beispiel für solch pathologische Sozialveränderungen ist mir neulich durch Zufall über den Weg gelaufen. Das amerikanische Fermilab ist ein Forschungsinstitut für Teilchenphysik in Illinois. Dort tun schlaue Leute eben das, was schlaue Leute tun, wenn sie auf einem Gebiet arbeiten, das schon seit Jahrzehnten keine wirklich interessanten Neuigkeiten mehr vorgebracht hat. Sie vertreiben sich die Zeit damit, die Eigenschaften von Partikeln zu präzisieren, die entweder gar nicht existieren oder so klein und interaktionsschwach sind, dass jede neue Erkenntnis nicht mal theoretisch das Potenzial besitzt, irgendwen zu faszinieren, der nicht dafür bezahlt wird, in Paper Abstracts so zu tun als ob. Mal ehrlich, wenn ihr für den Rest eures Lebens nie wieder etwas über Neutrinos hören würdet, wird euch tatsächlich etwas fehlen? Vermutlich nicht. Ich vermute sogar, dass es den meisten Teilchen Physikern da nicht anders geht, angesichts der Tatsache, dass diese Forschung in keiner Weise mehr ein greifbares Phänomen tangiert. Elektronen beispielsweise sind die Basis aller chemischen Reaktionen, der gesamten Elektrotechnik, und sie lassen sich mit den Mitteln eines ordentlich ausgestatteten Labors in Zimmergröße analysieren. Es liegt nahe, dass der Mensch aus seinem natürlichen Naturinteresse heraus mehr über diese Partikel erfahren wollte. Doch nichts davon gilt noch für die sub-subatomare Ebene. Teilchenbeschleuniger sind für die Wissenschaft das, was monotone, Fließbandarbeit für den Proletarier war. Ultimativ entfremdend. Natürlich wird es in der Wissenschaft keine kommunistische Partei geben, die den Aufstand dagegen probt, dafür ist die Tätigkeit wohl nicht belastend genug. Was stattdessen einsetzt, ist institutionelle Erschlaffung. Bisschen negativ, ich weiß. Aber ich bin über den Kanal von Sabine Hossenfelder auf die Fermilab-Geschichte gestoßen und diese Dame ist ja bekannt dafür, in noch deutlich scharferen und umfangreicheren Worten ihrer Kollegen dafür zu schelten, ihre Zeit mit Nutz und ergebnisloser Fleißarbeit zu verschwenden. Im Unterschied zu Frau Hossenfelder glaube ich meinerseits nicht wirklich daran, dass die Krankheit der Fundamentalphysik sich heilen lässt, sondern, wie alles andere auch, natürliche Folge des Endes der Wissenschaft ist. Aber dies soll heute nur eine untergeordnete Rolle spielen. Für besagtes Fermilab hat nämlich eine Gruppe von Whistleblowern vor einigen Monaten ein Paper online gestellt, in welchem sie sich über die grotesken Zustände innerhalb dieser Organisation beschweren. Das ganze Ding ist 111 Seiten lang, ich habe es nicht in Gänze gelesen, sondern mich auf die interessanten Stellen konzentriert und man meinte, es ist auch uninteressanter Filler, aber insgesamt ergibt sich schon ein eigentümliches Bild. Also scheinbar arbeitet man an diesem Institut tatsächlich ungefähr wie der einst in Mr. Burns Atomkraftwerk. Ich habe einige der saftigsten Stellen des Dokuments übersetzt und in einem Gesamttext angeordnet. Ich denke, es lohnt sich zu hören, womit die Wissenschaftler am Fermilab so zu kämpfen haben. Zitat. Zunächst ist eine allgemeine Konsequenz aller Probleme die Budgetinsolvenz, in deren Folge das Labor beständig von Anstellungspausen, Beurlaubungen und Entlassungen bedroht ist, um den verbleibenden Personalbestand noch bezahlen zu können. Eine große finanzielle Bürde für die Gehälter der Angestellten sind Sozialversicherungen und indirekte Overheadkosten. Die tatsächlichen Kosten eines Angestellten belaufen sich auf das Dreifache ihres eigentlichen Gehaltes. Der Overhead ist mit dem Verhältnis von administrativen zu nichtadministrativen Stellen korreliert. In jeder alteingesessenen Institution kann es mit der Zeit schwer werden, jede Personalentscheidung und jede Anstellung durch das eigentliche Missionsziel besagte Institution zu rechtfertigen. Hierfür benötigt es langanhaltende Aufmerksamkeit, Beharrlichkeit sowie den Willen zur Überprüfung und Veränderung. Das Fermilab benötigt einen durchsetzbaren Standard, dass jede Einstellung und alle sonstigen Personalentscheidungen zum Wohle der wissenschaftlichen Aufgabe gefällt werden. Im Besonderen muss die Anzahl der Bürokraten und Administratoren, welche auf der Gehaltsliste des Fermilaboratoriums stehen, genau beobachtet und kontrolliert werden. Die Implementierung von automatisierten Prozessen und Lösungen im operativen Geschäft ist ebenso notwendig, um die Anzahl der redundanten Verwaltungsstellen zu reduzieren. All dies ist essentiell, damit das Labor sich nicht in Bürokratie verliert und seine ursprüngliche physikalische Vision nicht aufgibt. Unserer Ansicht nach haben im letzten Jahrzehnt die wahrgenommenen Fälle von Patronage und damit verbundene Mikromanagement häufig Administratoren hervorgebracht, welche nicht über das nötige Vertrauen derer verfügen, welche ihnen Bericht erstatten sollen, was zu einer Verlangsamung der Entwicklungen geführt hat. Sehr häufig werden Verwaltungsstellen mit Personal besetzt, ohne dass zuvor eine offizielle Ausschreibung oder Kandidatensuche stattgefunden hätte, wodurch viele qualifizierte Leute von vornherein nicht die Möglichkeit erhalten, angestellt zu werden. In den seltenen Fällen, da Stellen tatsächlich öffentlich ausgeschrieben werden, handelt es sich lediglich um einen Alibi-Prozess ohne tatsächliche Wirkung. Das Fermilab braucht einen Führungsstab, der aus Leuten besteht, welche über eine lange Zeit hinweg ihre wissenschaftliche Expertise unter Beweis gestellt haben und über ein hohes Maß an Integrität verfügen, welche sie auch in anderen inspirieren können, die zu ihren Federn stehen, Produktivität hochhalten, Exzellenz ihrem bloßen Anschein den Vorzug geben und vor allem Fakten und Fairplay der Politik und den genehmen Entscheidungen vorziehen. Die derzeitige Führungsriege hat sich auf all dies leider nicht konzentriert. Wie in den folgenden Grafiken ersichtlich wird, hat die Anzahl der Unfälle am Fermilab in den letzten Jahren deutlich zugenommen. Wahrgenommene Fälle von Patronage und Altersdiskriminierung innerhalb der Abteilung für Umwelt- und Personalsicherheit sind zur Regel geworden und haben viele Leute verwundert mit der Frage zurückgelassen, weshalb sicherheitsrelevante Positionen an junge Karriereinsteiger vergeben werden, die über wenig oder keine Erfahrung auf ihrem Gebiet verfügen und im Vergleich zu Mitbewerbern keine gleichrangigen Qualifikationen vorweisen konnten. Eine weitere Erkenntnis der Angestelltenbefragung war, dass viele Fermilab-Mitarbeiter das Arbeitssicherheitspersonal weder als hilfreich noch als kompetent einstufen. Um ein typisches Zitat wiederzugeben, wie es den Autoren des Papers häufig übermittelt wurde, Arbeitsschutzleute haben keine Vorstellung von der Gesamtsituation und Versagen dabei nachzuvollziehen, wie Sicherheit im Kontext physikalischer Anlagen überhaupt auszusehen hat. Sie wenden einfach blindlinks an, was ihnen beigebracht wurde, ohne sich Gedanken darüber zu machen, wie die Anlagen in der Praxis funktionieren und interagieren. Viele Befragte gaben ebenfalls an, dass das Arbeitsschutzpersonal übermäßig auf die Einhaltung von Vorgaben fokussiert ist, über schlechte Kommunikationsfähigkeit verfügt und stets bloß reagierend und nicht proaktiv eingreift, im Allgemeinen jedermanns Arbeit im Wege steht. Ein weiteres, sehr ernstzunehmendes Beispiel für Kostenineffizienz innerhalb der Verwaltung betrifft den Chef der Abteilung für Diversity, Equity and Inclusion, welcher zum jetzigen Zeitpunkt 178 direkte Angestellte und Reportgeber unter sich vereinigt. Während der Sommerzeit zählen hierzu einige Praktikanten, Studenten und Lehrer. Allerdings sind auch mehrere Dutzend davon festangestellt. Zu ihren Aufgaben zählt es, die Zusammenkünfte sogenannter Resource Groups zu überwachen, welche die Belegschaft in diverse Subgruppen aufteilt, darunter die African American and Black Association, die Fermilab Asian Pacific Association, das Hispanic Latino Forum, die Spectrum LGBTQ Plus Community, die Veterans Group, die Women's Initiative, die Fermi Accessibility Communities, den Inclusivity Journal Club, die Fermilab Society of Women Engineers oder die Fermilab Society of Hispanic Professional Engineers. Jede dieser Gruppen hält eine eigene Versammlung ab mit eng umrissenen Themenvorgaben. Beim Besuch dieser Versammlungen wird der Versuch, Angelegenheiten von allgemeinerem Interesse anzusprechen, oft unterbunden. Offensichtlich dient diese Teile- und Herrschestrategie der Fermilab-Administratoren dazu, Leute davon abzuhalten, miteinander in Kommunikation zu treten und sich über die großskaligen Fehlentwicklungen auszutauschen. Beispielsweise wussten selbst die Vorsitzenden der Fermilab Society of Women Engineers nichts über die Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Laboratorium und seinen eigenen weiblichen Angestellten. In die Reihe dieser Eindrücke passt auch die Tatsache, dass einige maßgebliche Initiatoren der genannten Gruppen in Vertuschungsaktionen rund um die Fehlentwicklungen innerhalb des Laboratoriums verwickelt waren. Und in diesem Kontext dann noch kurz eine Zusammenfassung besagter Rechtsstreitigkeiten zwischen weiblichen Angestellten und dem Fermilab. Das Dokument schildert dies alles sehr ausführlich, aber eine Kurzversion soll uns reichen. Denn offenbar ist es zu Fällen sexueller Belästigung einiger weiblicher Angestellter gekommen oder zu dem, was ich nur als groteskes Verhalten bezeichnen kann. Da ist wohl ein ehemals beim US-Militär angestellter Ingenieur gewesen, Randy, der das Gelände stets mit einer geladenen Waffe zu betreten pflegte und seinen Mitarbeitern in wenig zweideutiger Manier beschrieb, dass er schon andere Leute umgebracht habe und sie die Nächsten sein, sollten sie ihm Probleme machen. Das übliche Kaffeeküchen-Palava eben. Ein anderer soll versucht haben, seine Kollegin mit einem Truck Platz zu machen. Und wieder ein anderer hat gefakte Prostitutionsprofile einer Angestellten auf Twitter und Co. angelegt. Und darin liegt ja das eigentlich Bemerkenswerte. Es existieren 178 Mitarbeiter für Diversity und Inclusion und keiner von denen bekommt mit, wenn Randy mit seinem Big Iron on his Hip über das Gelände streift. Könnte natürlich wieder so eine Rassenkiste sein. Ich hatte beim Lesen aber eher den Eindruck, dass vor lauter Überbürokratisierung und Desinteresse die Leute wirklich nicht mitbekommen, was abläuft. Diesen Trend, dass Behörden und Organisationen woker, aber selbst was den Progressivismus angeht, pro Kopf gerechnet ineffizienter werden, beobachten wir ja auch in Deutschland. All diese linken Organisationen zur Förderung der Demokratie und Bekämpfung von Rechts usw. sind in erster Linie Arbeits- und Gehaltsbeschaffungsmaßnahmen für irgendwelche Gescheiterten. Bewirken zwar in ihrer Masse sicherlich auch etwas, sind aber in Proportion zum Budget, welches sich mittlerweile auf Milliardenhöhe beziffert, nicht gerade auf dem Mannleistungsniveau der Wehrmacht. Doch auch in der unideologischen Wirtschaft habe ich nur nicht beobachten dürfen, was es heißt, in einem System zu leben, in welchem die Reibungsverluste ansteigen. Lasst mich euch dazu ein paar Anekdoten aus meiner eigenen jüngst vergangenen Erfahrung mit bürokratischer Ineffizienz berichten. Wir unterbrechen das laufende Programm für eine Ankündigung des Zentralkomitees. Karlstageleute. Die Shieldingskonferenzen kommen nach Deutschland, genauer nach Sachsen. Wer den ganzen Spaß einer englischen Vitan-Konferenz ohne die Verhörer am Flughafen erleben möchte, der bekommt hier die Gelegenheit. Zwischen dem 25. und 27. April finden in Sachsen die Karlstage statt. Da halten hervorragende Leute, zum Beispiel ich, aber auch die Halunken von der Krautzzone, Boris von Morgenstern und vermutlich auch ein eingeladener Mystery-Gast aus dem Ausland, tja, Vorträge und danach wird über Politik diskutiert. Die Konferenz wird wegen des erwarteten internationalen Publikums in englischer Sprache abgehalten. Natürlich kann man sich zwischen den Vorträgen auch auf Deutsch unterhalten, mit denen die der Sprache mächtig sind, aber die Inhalte selbst werden auf Englisch präsentiert. Meiner Erfahrung nach werden jene Konferenzen von hervorragenden Leuten besucht und sind gut organisiert. Wer sich als imstande sieht, ein Hemd oder gar einen Anzug zu tragen und die Ticketpreise, mit denen die Übernachtungs- und Veranstaltungskosten gedeckt werden, zu stemmen, den würde ich gerne im April in Sachsen begrüßen. Der genaue Ort wird noch bekannt gegeben. Mir wurde allerdings mitgeteilt, dass es sich um eine sehr schöne und abgelegene Adresse handeln soll. Wer dem Link in der Videobeschreibung folgt, der kann sich um ein Ticket bewerben, Informationen einholen und ich packe auch noch den Link zu einem Livestream dazu, in welchem die Organisatoren und auch ich uns ein wenig über die Veranstaltung unterhalten. Wenn ich am Ende noch meinen persönlichen Eindruck schildern dürfte, die Vorträge bei solchen Events sind gut vorbereitet, aber mein eigentliches Interesse gilt immer dem Klientel und den Eindrücken, die man von den Partizipanten gewinnen kann. Es erreichen einen ja häufig Fragen, wie man sich als Rechter vernetzen soll. Nun, diese Konferenz wäre sicher eine gute Gelegenheit. Sie steht natürlich jedem Bewerber offen, aber gerade jenes Milieu, was der Anglo Young Professionals nennen würde. Also Studierte in diesem Kontext ideologisch rechte junge Männer stellen erfahrungsgemäß die demografisch stärkste Gruppe und sind aus politischer Perspektive natürlich auch am interessantesten mit Hinblick auf einen einstigen eventuellen Wechsel der Eliten. Also ihr, die ihr des Englischen mächtig seid, geht zu den Karlstagen, trifft die Helden eurer parasozialen Träume, lauscht interessanten Vorträgen und habt ein ordentliches Abendessen mit Gleichgesinnten. Damit Post bei mir ankommen kann, das heißt, damit der Postbote weiß, wo genau er das Zeug hinbringen soll, ist es essentiell, eine Zusatzinformation in die Adresszeile zu schreiben. Dieses Problem könnte leicht behoben werden, aus Sicht der Wohnungsgesellschaft allerdings erst dann, wenn zunächst eine Änderung am Mietvertrag vorgenommen werden würde, was wiederum aufgrund einer zeitlichen Laufzeitbedingung innerhalb dieses Vertrages zurzeit nicht möglich ist. Allein dies rauszufinden, hat übrigens Wochen an verschleppter Kommunikation gekostet. Aber sei es drum, sei es drum. Schreibe ich eben die Zusatzinformationen stets mit drauf, wenn es um postalischen Empfang geht. Nun hat die englische Polizei, welche mir meinen Scheiß abgenommen hat, sich zunächst nicht in der Lage gesehen, diesen auch wieder an mich zurückzuschicken, weil sie, so schrieben sie mir in einer E-Mail, nicht garantieren konnten, dass ihr Verpackungsmaterial den Inhalt unbeschädigt befördern würde. Ach so, was Elon Musk wohl darüber denken würde. Naja, also musste ich einen englischen Kontaktmann anhauen, mir die Sachen vom Flughafen abzuholen und auf eigene Rechnung mir zu schicken. Dem Tommy sei herzlich für seine Hilfe gedankt. Das Paket begibt sich nun also auf seine Reise. Weil Großbritannien aber nicht mehr Teil der EU ist, muss man für postalisch eingeführte Waren Zoll bezahlen, auch für seine eigenen. Und zwar nicht zu knapp. 60 Euro fallen für so etwas an. Oder würden anfallen, wenn das Dokument, in welchem man den Wert und die Art seiner Waren angeben kann, denn ausreichend wäre. Ich habe das online ausgefüllt, nur um zwei Tage später einen Anruf zu erhalten, ob ich denn eine Rechnung besäße, die den Warenwert meiner vor Jahren gekauften elektronischen Geräte belegen könnte. Nee, kann ich nicht. Macht aber nichts. Solange ich dem Zoll eine E-Mail zuschicke, in dem ich in eigenen Worten nochmal das reinschreibe, was ich im originalen Online-Zoll-Formular schon angegeben hatte. Den Schätzwert meiner Sachen. Warum ist es nötig, das alles zweimal zu machen? Tja, keine Ahnung. Aber so wandert das Paket dann am Ende doch durch den Zoll, den ich zunächst nicht bezahlen kann, weil meine Zwei-Faktor-Authentifizierung fürs Online-Banking auf dem Handy beruht, das gerade befördert wird und sich meine Bank mit der Versendung des neuen QR-Codes ein bisschen länger Zeit lässt. Nebenbei musste ich auch meine SIM-Karte neu bestellen, um überhaupt irgendwas tun zu können. Was wiederum Probleme verursacht, weil Briefe bei mir mindestens 10 Tage benötigen, um anzukommen, falls sie überhaupt ankommen. Und das nicht, weil sie vom Verfassungsschutz gelesen werden. Darauf bin ich schon gekommen. Die Nachbarn allerdings haben das gleiche Problem. Es steckt einfach die Inkompetenz der Post dahinter. Zur Erinnerung, der Standard jener Post war mal ein Tag, höchstens zwei zur Beförderung eines Briefes. Und ich wohne städtisch, nicht auf der Zugspitze. Doch zurück zum Paket. Dieses geht nun vom Zoll zum Versandservice. Die Tracking-Nummer zeigt an, dass mein Paket dann und dann bei mir eintreffen wird. Schön. Dann gäbe es ja keine Probleme mehr, wenn unser englischer Freund nicht leider vergessen hätte, die Adresszusatzzeile auf das Paket zu schreiben. Deren Fehlen führte dann dazu, dass die Lieferung an die Verteilerzentrale des Paketdienstes zurückgeschickt wurde. Aber man ist ja ein verständiger Mensch und ruft also bei jedem Paketdienst an, um die Sache aufzuklären. Ja, hallo? Callcenter-Mensch? Sie haben ein Paket und wahrscheinlich eine unvollständige Adresse. Können Sie den Zusatz beifügen und es nochmal rausschicken? Natürlich können wir das, Herr Schattenbacher. Das Paket wird in ein bis zwei Tagen wieder in den Versand gehen. Ein bis zwei Tage später erhalte ich dann tatsächlich eine E-Mail des Paketdienstes. Ihr Scheiß wurde zum Absender nach England zurückgeschickt. Also rufe ich wieder beim Callcenter an. Oh, wie viele Callcenter-Menschen ich in den letzten Wochen gesprochen habe. Und es sind immer neue. Und jedes Mal muss man ihnen alles von vorne erklären. Und jedes Mal versichern sie einem, dass der Prozess wieder in Gang gesetzt oder rückgängig gemacht werden wird. Und jedes Mal passiert exakt nichts, weil jeder dieser Callcenter-Menschen genau null Ahnung hat, was das eigentliche Problem ist und null Interesse, es herauszufinden. Sondern lediglich ein paar Zeichen in seinen Computer tippt, damit andere Leute tiefer im Prozess dann entscheiden können, dass irgendwas mit dem Auftrag nicht stimmt und ihn abbrechen. Man kann das Paket übrigens auch nicht selbst physisch vom Depot, in welchem es lagert abholen, weil im Zuge der Corona-Maßnahmen dies als Option gestrichen wurde. Um die ganze Sache nun für mich noch ein wenig einfacher zu machen, ist dann noch meine Internetleitung ausgefallen. Auch dahinter steckt abermals kein Geheimdienst. Die Nachbarn haben das gleiche Problem. Ich kann euch sagen, Freunde, es ist ein besonderer Spaß, ohne Bankkonto, zumindest ohne Online-Banking, ohne Internet, zumindest ohne Standleitung und ohne Post, zumindest ohne zwei Wochen Verzögerung zu existieren. Das einfache Bezahlen eines Strafzettels kann so schon zur erheblichen Herausforderung werden. Auch ist es nicht ganz leicht, sein Handy als Hotspot für WLAN zu nutzen, wenn man die dafür nötige SIM-Karte erst online freischalten muss, aber kein WLAN besitzt. Wozu eigentlich dieser Sicherheitszirkus? Ich möchte es mal so formulieren. Ich habe die Vermutung, dass wenn in Deutschland nur Deutsche leben würden, man auch heute noch Prepaid-SIM-Karten kaufen könnte, ohne vorher zwölf Authentifizierungsschritte zu durchlaufen. Aber ich schweife erneut ab. Insgesamt hat mich dieser ganze Irrsinn bis heute zahllose E-Mails, Telefonanrufe und Formulare gekostet, um sicherzustellen, dass ein scheiß Paket von A nach B transportiert wird, ein Brief im Briefkasten und kleine Zahlen in der Internetleitung landen. Mein Paket habe ich aber immer noch nicht. Und die letzten fünf Wochen auch kein Internet, was der Grund dafür war, weshalb ich weder Videos hochladen noch meine kleine angekündigte Strafe bezahlen konnte. Nun, man fragt sich dann doch, wofür die ganzen Formulare und Interventionsschnittstellen und Telefonnummern-Hinterlegungen gut sind, wenn am Ende dadurch kein Zugewinn an Zuverlässigkeit erreicht wird. Und jetzt könnte man das als besonders unglücklichen Sonderfall abtun, aber meiner Erfahrung nach laufen solche Prozesse in Deutschland immer extrem zäh, langsam, unzuverlässig und überbürokratisiert ab. Es ist egal, worum es sich handelt, eine Ummeldung, eine Parkplakette, eine Versicherung, eine Beantragung staatlicher Gelder. Es ist niemals mit einem Anruf getan. Meistens ist es nicht mal mit fünf Anrufen getan. Und dies alles ist auch nicht allein die Konsequenz von inkompetentem Personal. Das spielt da sicher mit rein, aber mehr als dies ist es die Folge von Cargokult-Bürokratisierung. Verwaltungsprozesse nehmen zu. Bürokratie behält die äußere Form ihrer ursprünglichen Funktion bei, vermindert dabei aber die Zuverlässigkeit des Systems, anstatt sich zu steigern. Ich vermute stark, dass es sich mit allen Verwaltungsprozessen ähnlich der LAFA-Kurve verhält. Beim völligen Fehlen ist die erreichbare gesellschaftliche Effizienz gering. Bei übertriebener Verwaltung ebenso. Zwischen diesen beiden Polen sollte ein Maximum existieren. Da in unserer Welt die Effizienz des Gesamtsystems allerdings nur ein Zielpunkt neben anderen ist, zu fördern die Versorgung des Linksstaates und die Prävention irgendwelcher Gaunereien, sind wir über dieses Maximum bereits lange hinausgekommen. Und gerade mit Bezug auf solche Institutionen wie das berühmte Fermilab erscheint mir folgende grundlegende Frage überaus angebracht. Wären all diese verdammten nutzlosen Neutrino-Forscher und Teilchenphysiker nicht besser eingesetzt, wenn sie an der Optimierung und Verwaltung unserer Gesellschaft arbeiten würden, anstatt in teuren Laboratorien ergebnislos Untersuchungen zu betreiben, die niemandem etwas nützen. Irgendwann, Freunde, und ich schätze, dieser Punkt ist nicht mehr allzu weit entfernt, werden wir uns als westliche Gesellschaft fragen müssen, wie lange wir noch so massiv Ressourcen in sterile Abstrakter investieren wollen, während konkrete und vor allem lösbare Probleme unbearbeitet bleiben. Und das soll auch keine Absage an die Forschung per se sein. Aber wenn wir Richard Feymans Worte, das eigentlich fast alles ernsthaft und tiefgreifend betrachtet wirklich interessant sein kann, ernst nehmen, dann sicher auch die Verbesserung komplexer gesellschaftlicher Abläufe und Abhängigkeiten. Es ist doch absolut grotesk, dass die klügsten Köpfe Europas und Amerikas an Problemen arbeiten, die niemanden interessieren und das an Laboratorien, die so voll von Problemen sind, dass sie kaum noch bewältigt werden können. Und nicht alle der heute beschriebenen Pathologien sind rein politischer Natur. Das spielt sicher eine große Rolle, aber für manche Herausforderungen und einige Optimierungsprobleme könnten technische Lösungen gefunden werden. Darüber hinaus fehlen kluge Leute, die in irgendwelchen Laboratorien rumhängen und zwar in viel, viel größeren Zahlen als noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts, natürlich an anderen Stellen in der Gesellschaft und auch im administrativen Mittelbau. Es existiert so eine gewaltige intellektuelle Avantgarde, die sich mit im besten Falle philosophisch interessanten, aber gesellschaftlich nicht essentiellen Problemen beschäftigt, während profanere, aber deshalb nicht unbedingt einfacher zu lösen der Hindernisse nicht mehr aus dem Weg geräumt werden. Und ich möchte diesen Punkt nochmal unterstreichen. Bloß weil die existierenden Probleme uns der Erkenntnis über den Ursprung des Universums nicht näher bringen, bedeutet dies nicht, dass sie einfach zu lösen wären. Die durchschnittliche Zustellzeit von Briefen um 20% bei gleichbleibenden Kosten zu senken, ist sowohl schwer als auch hoch profitabel. Wenn ich also einen Staat zu verwalten hätte, dann wäre dies einer meiner ersten Ansätze. Die enorme Fehlallokation von intellektuellen Ressourcen beenden und die akkumulierten Pathologien und Reibungsverluste in Verwaltung und Infrastruktur abbauen. Die Kompetenzkrise ist nicht nur deshalb akut, weil wir aus Gründen des Progressivismus die falschen Leute in die falschen Positionen hieven, sondern auch, weil wir die eigentliche Bedeutung von Logistik und Verwaltung aus den Augen verloren und das langsam tötende Gift der Entropie unterschätzt haben. Ich bin mir relativ sicher, dass würde man genau hinsehen, Vorgänge wie am Fermilab in unzähligen Institutionen zu finden wären. Man sieht an prominenter Stelle auch manchmal Hinweise dafür. Kriminalfälle beispielsweise, die spektakuläres Fehlverhalten bei Ermittlung und Beweissicherung offenbaren. Aber weil diese Institutionen sich nach außen hin abschirmen, dringt Verbesserung nur mühsam durch. Sagt mir Freunde, ist nicht auch euer Leben von denselben Problemen geprägt? Fallen nicht auch euch die ewigen Baustellen zur Last? Die inkompetenter werdenden Arbeiter im Niedriglohnsektor? Die Lieferandosklaven, die mittlerweile kaum noch lateinische Buchstaben entziffern können. Und ich weiß, ich weiß, die ewige Antwort darauf ist Automatisierung. Sollen es die Drohnen machen? Sollen es die Computer regeln? Nun, ja, vielleicht. Aber Computersysteme und Drohnen kommen mit ihren eigenen Entropiekosten daher. Wie viele beschissene Updates und Bugs und Gerätedefekte müssen ständig korrigiert werden? Wenn ich mein eigenes Leben betrachte, dann verbringe ich nicht mehr Zeit damit, den Abfluss zu reparieren oder die Türklingeln instand zu setzen im Vergleich zum Aufwand, den es bedeutet, den Computer am Laufen zu halten. Wird an alledem, das heißt an unserer Perspektive, Einpreisung und Reduzierung von Reibungskosten nicht bald etwas verbessert, dann droht unserer schönen Gesellschaft leider exakt dasselbe Schicksal wie den Dorschen in Kanada.